Hey Leute, hier ist euer Niklas vom Auto aus Schmolk. Heute geht es um unsere Premium-Kundekarte für unsere Privatkunde, denn diese hat nur Vorteile für euch. Mit unserer Kundekarte erhält ihr 5% Rabatt bei Servicearbeiten und 5% Rabatt auf Original-Verschleißseile im Bereich vom Wartungsdienst. Das gilt leider nicht auf Räder und Reifen. Zudem erhält ihr einen kostenlosen Urlaubs- und kostenlosen Winter-Check und einen kostenlosen Holbringservice von uns. Das bedeutet, ein Mitarbeiter holt am Morgen das Fahrzeug bei euch ab und stellt es euch nach Feierabend wieder zu. So habt ihr überhaupt gar keinen Aufwand für eure Termine bei uns. Zudem erhält ihr mit unserer Kundekarte den Ersatzwagen, falls ihr einen bräuchtet in der Werkstatt, 50% günstiger. Natürlich werdet ihr auch immer up-to-date sein mit der Kundekarte. Sobald bei uns Veranstaltungen sind, erhaltet ihr vorab natürlich Informationen darüber. Ich hoffe, ich konnte es ganz euch ein bisschen näher bringen und schmackhaft machen. Ihr findet natürlich alle Informationen auch nochmal auf unserer Homepage. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Niklas vom Auto aus Schmolk.